Die hier zu erwerbende gut gepflegte Wohnung befindet sich in Münster. Die Immobilie wurde 1972 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf ca. 137.700 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020